Wie wird mir geholfen werden, was habe ich zu erwarten und wird das Ergebnis zufriedenstellend sein? Ich musste eines sagen, ich hatte immer nur die Erfahrung von anderen Personen, dass hinsichtlich einer Implantatsetzung, das in Deutschland sehr individuell ist, oft auch etwas kompliziert und mein Hauptproblem war, ich wollte keine Titan-Implantate. Und da den Ärzten in unserer näheren Umgebung die Erfahrung mit Zircon-Implantaten fehlte, war an und für sich die Entscheidung für die Denta Prime sehr schnell gefallen. Exakte, gut strukturierte Terminplanung und ein schnelles Ergebnis. Ich kann immer wieder nur betonen, dass es hier in einer sehr schnellen Zeit ein sehr schnelles Ergebnis stattfindet. Also ich spare mir viele einzelne Termine. Ich kann in einer Woche sehr viel Behandlung erledigen lassen. Und das ist ein Riesenvorteil. Es gibt ja auch viele Berufstätige, die haben nur einmal kurz Urlaub und da muss was passieren. Ich war dann zum Schluss schon in der glücklichen Lage, dass ich immer Denta Prime mit Urlaub verbinden konnte. Also nach meiner Erfahrung mit dieser Teilnarkose, mit dem Dämmerschlaf, kann ich das nur befürworten. Das ist eine tolle Geschichte. Man hat hinterher keine Nachwirkungen. Man spart sich sogar die Schmerztabletten. Und aus meiner Erfahrung, beziehungsweise auch meine Tochter, hatte ich vor zwei Jahren auch dabei, die hat die besten Erfahrungen im Dämmerschlaf gemacht. Und aus meiner Erfahrung, beziehungsweise auch meine Tochter, die hat die besten Erfahrungen im Dämmerschlaf gemacht.